Ein wunderschönen Tag euch allen und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Top 10 Pack Opening Video auf meinem Kanal. Danke, dass ihr auf jeden Fall wieder alle zahlreich eingeschaltet habt und mich immer noch weiterhin unterstützt. Vergesst nicht, wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr mir helfen wollt, 100 Abonnenten zu erreichen, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, kommen wir zum heutigen Thema. Ich werde ein Top 10 Pack Opening Video für euch raushauen. Das heißt, Imp-Forms, Walkouts und Leinwandspieler, wie ihr das wahrscheinlich schon von anderen YouTubern kennt. Vergesst nicht, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr gerne Feedback da lassen und mir unten in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Für alles weitere habe ich in der Videobeschreibung alle Links zu FIFA 18 verlinkt. Checkt sie auf jeden Fall ab. Und ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Bleibt bis zum Schluss dran. Viel Spaß mit dem Video. Euer Escobar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Noch mal, noch mal. Deutschland, Torwart. Nooo, Köln. Ich habe schon auf neue gehofft. Mordo. Horn, Alter, echt? Okay. Ja, jetzt ist er ein guter Spieler. Wer? Marez habe ich gezogen. Minge, der hat nur 83. Ja, schon ein bisschen mehr erwartet. Rechter, Mittelfeld, Juventus, Bernardeschi habe ich gezogen. Ich bin Kritik. Ja, schon ein bisschen mehr. Ich bin Kritik. Entschein war, ich bin in der Welt. Ich bin Kritik. Ich bin Kritik. Ich bin Kritik. Stколer, ich bin Kritik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020